so hallo liebe freunde auf youtube hier ist wieder euer torg heute mal wieder mit dem spiel indiana jones and the fate of atlantis in der special edition so da haben wir hier ein was das für ein ding ein dschungel nagetier ganz klar das jagen wir jetzt mal durch das loch da hinten und weg ist es der indie hat nämlich angst verschlagen und die schlange ist jetzt mit dem dschungel nagetier in den abgrund gestürzt und jetzt können wir uns hier über den baum auf die andere seite schlagen eine art brücke wie kommst du hierher während du dich durch den busch gehackt hast habe ich einen fad entdeckt lass uns mal umsehen so dann schauen wir mal was hier so abgeht nur eine minute ok nein danke mister ja wieso ich weiß nicht ob ihr das hören könnt was der da an sprachausgabe von sich gibt ok to stopp nachdem mann und nun muss die mann so einst du bist du bist und das ist man stürzt hier wie ziel und sein an der reine der schlacht herrscht arme schuldet abt uns anderthalisch bin dr jana jones ist das gelehrt genug indiana Das klingt nach dem Namen deiner Städte, oder möglicherweise ein Kamm. Ich würde wirklich gerne das Tempel exploren. Sag mir den Namen des lost Dianologen später. Okay, dann wissen wir nicht. Und da oben ist ein Papagei. Diese Papagei verrät uns jetzt den Titel. Und gehen wir mal da hin. Zum Papagei. Reden mit dem. Und sagen einfach mal Titel? Ich bin ein Papagei. Ich bin ein Papagei. Ich bin ein Papagei. Und jetzt wieder hier. Den Typ wieder herbeiholen. Und jetzt wissen wir den Titel. Beziehungsweise von wem der ist. Das ist es! Geh hier, bitte! Komm! Hier sind wir! Julia Sophia Rede So, die geht jetzt mit ihm dahinter und die bereden irgendwas. In der Zeit gehen wir ganz schnell hier raus, holen uns die Lampe und schauen dann mal, was wir damit machen können. Und wieder zurück in den Tempel. So, okidoki. Wie sagt der Ned Flanders immer, okili-dokili. Wie? Ich brauche es nicht. Entschuldigung, nicht wahr? Wir sehen uns, was dein Freund zu tun ist. Sie haben meine Lampe genommen. Ich hoffe, sie wissen, was sie tun. Sieh mal, das Petronium hat den Belag weggeätzt. Bemerkenswert. Jetzt habe ich es. Wunderbar! Ok, was haben wir da jetzt schönes? Irgendwie so eine Elefantennase. In den Elefantenkopf. Es passt perfekt. Jetzt sieht es wie ein Elefant aus. Erstaunlich! Erstaunlich! Oh yeah! Schau dir mal das an. Erstaunlich! 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 Er ist ein kleines Ston-Disk, mit Bildern von Land und See. Ich glaube, es ist ein Weltston! Endlich! Ich habe das Ding! Auf Wiedersehen, Freunde! Warten Sie! Oh nein! Er ist entkommen! So! Und was da noch funkelt? Das nehmen wir an uns. Zu dumm! Für Sternhard. Er hat die Orishankumperle übersehen. Ja, die haben wir jetzt im Inventar. Ich kann das nicht benutzen. Okay. Bis hierhin wollte ich eh spielen. Schön, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ich würde mich echt tierisch über einen Daumen nach oben freuen. Wenn euch das gefallen hat, das Spiel. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. In der Special Edition. Und ja. Schaut doch einfach mal wieder vorbei. Also, vergesst nicht Daumen nach oben. Und eventuell einen Kommentar. Da werde ich gerade angeschrieben. Also muss ich jetzt direkt aufhören. Ciao! 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 Ciao!